Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Klaver Sieg anzunehmen bei Hauptmann Linda Notlich in Kustva. An dieser Position. Zeige euch auch hier was sich über dem Hügel befindet. Also normal kommt man entweder von hier hoch oder von dieser Stadt hier. Und weil die Map ja nicht so detailliert war, habe ich das jetzt so noch gezeigt. Nehmen die Quest gleich mal an. Und nun darf ich 15 Mobs töten von diesen Skeletten hier. Die Elementare zählen nicht dazu. Ich lege gleich mal los. 1 von 15. Bleibe nur noch. Halt! Uh, fast hätte ich den Elementar angeschossen. Habe es ja gerade gesagt. Die zählen nicht dazu. Also zumindest in der Beta, wo ich das Video gerade mal her. So, über die Hälfte habe ich. Wie man sieht ist das Questgebiet ziemlich groß. So, über die Hälfte habe ich. Wie man sieht ist das Questgebiet ziemlich groß. So, noch 4 Stück. Das sind schon mal drei und jetzt brauche ich noch einen solchen Mob. Da gibt es noch einen Haufen. Nehme ich den da. Nehme ich den da. Hätte ich das mal gewusst, dass sie ein Mob ist. So, es ist abzugeben, weil Hauptmann Linda Notlich in Gustav an dieser Position. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Ciao. 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 Ciao.